Seit 2005 engagieren wir uns aus vollem Herzen für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche. Mit 550 sozialen Projekten haben wir bisher 74.000 Kinder in allen Bereichen der sozialen Benachteiligung unterstützt. Wir erfahren dabei eine Welle der Hilfsbereitschaft, Dankbarkeit und Kinderlachen. 2019 bewegten wir beim Walk4Help die ganze Region mit mehr als 10.000 Menschen. Das Ergebnis? Über 1,1 Millionen Euro Spenden im Kampf für eine bessere Zukunft der Kinder und ein neuer Weltrekord. 2020 pflanzten wir über 75.000 neue Bäume im Harz. Für eine grünere Zukunft. Als große soziale Bewegung haben wir zudem den Lupo Leo Award für herausragendes soziales Engagement im Kinder- und Jugendbereich ins Leben gerufen. Wir machen weiter.